Aber es gibt ja auch noch abgebende Vereine, die dann vielleicht sagen, okay, wir warten mal noch ein bisschen, vielleicht kommt noch einer, der uns mehr bezahlt hat. Es sind verschiedene Faktoren, die da eben auch eine Rolle spielen. Am Ende ist es einfach so, dass ich glaube, dass Bewegung in einer Gruppe immer auch gut ist. Die kann von außen kommen, die kann aber auch von innen kommen. Und es ist ja nicht, haben wir ja mehrfach gesagt, nicht so, dass wir jetzt fertig sind mit der Kaderplanung. Wir haben eben noch zumindest mal eine Baustelle, die wir irgendwo schließen müssen am Flügel. Vielleicht ergibt sich auch in der letzten Woche noch irgendwas, dass auf der Abgangsseite was passiert, was man nie ausschließen kann. Nein, Stand jetzt ist uns schon klar bewusst, dass wir da einfach ein Vakuum haben auf der Position. Ich meine, wir haben mit Toni Jung einen Spieler, der die aktuell ausführen kann. Sicherlich gibt es die eine oder andere Option, die man da noch hat. Aber es ist schon eine Position, die für uns wichtig ist und wo wir noch was machen wollen. Jetzt ist noch eine knappe Woche, das Transferfenster offen. Wie ist denn das mit dem Faktor Zeit? Spielt die Zeit in so einer Woche eher für euch oder spielt sie eher gegen euch? Kann in beide Richtungen gehen. Inwiefern? Ja, zum einen kann es natürlich so sein, dass vielleicht gegen uns die ein oder andere Option, die wir haben, dass die vielleicht weg ist. Das ist die eine Situation für uns. Es kann natürlich sein, dass die ein oder andere Option, an der wir interessiert sind, dass die vielleicht auch günstiger werden. Weil der abgebende Verein einfach auch sagt, okay, wir haben jetzt nur noch ein paar Tage und dann reduzieren wir halt die wirtschaftlichen Mittel ein Stück weit, dass wir diesen Transfer umsetzen können. Deswegen kann es in beide Richtungen gehen. Das klingt aber ein bisschen so, als würdet ihr es diesmal wirklich bis zum Schluss ausreizen. Nein, also es ist ja unser Anspruch und das haben wir ja auch immer gesagt. Wir hätten gerne den Linksverteidiger auch schon hier, das muss man ja auch ganz klar sagen, das war ja auch unser Anspruch zu sagen, auch die Mannschaft in diesem Jahr frühzeitig zusammen zu haben. Es gibt halt Komponenten, die man nicht so ganz beeinflussen kann. Wirtschaftlich habe ich oft genug angesprochen, was natürlich auch für uns ein entscheidender Faktor ist. Von daher ist es so, dass wir das jetzt nicht beabsichtigt machen. Aber wie gesagt, manchmal muss man sich auch ein Stück weit in Geduld üben, um dann auch das dementsprechend umsetzen zu können. Und auch in der Qualität, wie wir es dann auch gerne für uns hätten. Das hat ja nicht nur mal was mit dem Spieler zu tun. Ob ihr das wollt auch, logisch. Ja, nee, das ist ja auch klar. Aber es gibt ja auch noch abgebende Vereine, die dann vielleicht sagen, okay, wir warten mal noch ein bisschen, vielleicht kommt noch einer, der uns mehr bezahlt. Also es sind verschiedene Faktoren, die da eben auch eine Rolle spielen. Und wir müssen halt, für uns ist es entscheidend, dass alle Punkte ineinander greifen und wir das daneben umsetzen können. Also wir haben schon den Anspruch, falls da noch irgendwas passieren sollte, dass wir auch noch Ersatz verpflichten können. Ich glaube, ein Spieler, der uns ganz viel gibt auf dem Platz, neben dem Platz, der für uns eine ganz zentrale Person ist, einfach logischerweise. Trotzdem kenne ich solche Transferphasen. Ich weiß, wie der Verein aufgestellt ist, kann irgendwie alle Seiten immer ganz gut verstehen. Das ist so. Trotz alledem wünsche ich mir natürlich, dass er bei uns bleibt, weil er diese Rolle hat. Ja, trotzdem, ich weiß, wie solche letzten Wochen auch manchmal laufen. Versprechungen gibt es im Fußball sowieso nicht. Aber ich hoffe das und plane das auch so, weil auf alles andere kann ich mich jetzt Stand heute sowieso nicht vorbereiten.